Oh, wow. Der Zauber des Synchronisierens. Ich freu mich, ob man die Vibration gesehen hat. Was machst du mit den Hand? Nichts. Rick, was machen wir heute? Es ist Pokéball Mario Tennis Time. Und zwar ein Spiel, was ich immer mit meinem Bruder mir in diesen Smash Bros. Shit ausgedacht habe. Und zwar spielen wir Tennis mit Pokébällen. Dazu braucht man diese Map. Shit, ich muss nochmal die Regeln ändern. Und nur Pokébälle. Boom, boom. Und zwar viele. So, fertig. Und alle, 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 alle Leute müssen Doktor Mario nehmen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Die sehen ja genau gleich aus. Okay, was ist der Plan? Man geht hier auf diese Ränder, du gehst auf die andere. Aha. Und jetzt brauchen wir einen Pokéball. Okay. Du musst warten. Oh, das ist ein Pokéball. So, dann hast du Aufschlag. Ho, ho, hoa. Oh! War da etwa dieses... Oh. Okay. Ich hab noch einen Pokéball. Ich hab nochmal Aufschlag. Wurdest du von einem Ei getroffen? Ja, ich hab... Hoa! Ja, es funktioniert! Nein! Oh. Das heißt, ein Punkt für dich, oder? Weil ich nicht getroffen habe. Ja, aber eigentlich ist es eher so, dass der Pokéball bei dir landen sollte. Wenn du es halt nicht hinkriegst. Okay. Und dann stirbst du. Oder Umständen. Nachdem! Ich glaub, die Map ist doch doof. Erst haut dich zu Tode. Huah! 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 Nicht, wenn ich mich erst selbst töte. Dann töte ich mich direkt dahinter. So. Oh, dieser Reveal ist echt gut. Flup, 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 flup. Ah! Oh, der töntet sich so hart. Du hast mich weit genug geworfen. Das schält nicht. Du musst dich hier umbringen. Das schält nicht! Nein, das schält nicht! Du musst natürlich so werfen, dass ich den auch, ne, kriege. Ah! So. Was wärst du denn da für ein Ding? Was macht das? Wow! Au, mein Gesicht! Siehste? So verkackt man. Okay. Au! Was ist das? Okay, dann mach ich nochmal normal. So? Scheiße! Ich hab nie weischt! Okay, wir müssen näher aneinander stehen, oder? Oder hast du verkackt? Nein, ich hab verkackt! Ich bin zu schlecht! Aber ich glaub, wenn wir ein bisschen näher aneinander stehen ist auch gut. Ich glaub, so wirst es passen. Ich nehm nur am Sterben! Wenn du ungefähr sowas vom Rand entfernt stehst, wie ich. Okay, ich bin gespannt. Ja! Oh! Nein! Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Wie? Ich mag das Spiel nicht. Warum hast du die ganze Zeit Aufschlag? Okay, dann. Mach du mal Aufschlag. Hopp! Hopp! Flup! Der wird... Der fliegt immer kürzer, hast du gesehen? Mhm. Du musst anpassen. Oh, guck mal, wie der mich tötet. Der kleine Goldini. Goldini. So. Du hast, ne? Okay. Oh, ja! Oh! Instant kaputt mit diesem Viech. Ich hab noch Chancen. Was ist das für ein Viech? Ich weiß es nicht. Geh weg von dem Ding. Geh weg von dem Ding! Haut dich! Er heißt Steven. Lustig. Wie ich? Zufall. Flup! Kommst du etwa... Bist du etwa näher gekommen? Einfach so? Ja, muss ich ja wohl. Oh! Mach's doch mal! Hiiii! Ah! Weh, du drehst dich um. Dreh dich nicht um, du kleinst. Oh, Mist! Wie? Guck mal, wie? Ja, also eigentlich geht es darum, dass du die Sachen abkriegst, ne? Das ist ja eine Strafe, dass du verloren hast. Ja gut, aber wenn ich jetzt zu schlau bin. Und hopp! Was? Haha! Aber warum? Ich hab doch... ...gemacht. Ich hab die Laken gewedelt von meinem gemütlichen Bettchen. Bereit? Ich bin bereit. Gib mir den! Nein, zu spät! Gib's nicht! Ach, geh weg! Ah! Oh, ho! Boah! Was? War... Warum trifft es beim dritten Mal immer nicht mehr? Was ist denn das? Bisher ist es nur bei dir so. Willst du mich runterschieben? Nein! Er folgt, du musst da bleiben! Das ist das Prinzip vom Spiel. Du kriegst diesen Pokéball jetzt ab. Ja! Ja! Oh, du musst dich... Du darfst dich nicht bewegen. Hallo? Das sind die Regeln? Er kommt! Pass auf! Er kommt! Oh! Oh! Was macht der? Oh! Nicht bewegen! Haha! Warum ist da ein zweiter? Hat er den aufgenommen? Nicht bewegen! Gute Frage! Du darfst dich nicht bewegen! Er nimmt aber auf! Wie gut er ist! Nee! Nicht bewegen! Ich darf auf die Map wieder raufspringen! Nein, darfst du nicht! Und gerade nicht bewegen gesagt! Darfst du gar nichts sagen! Warum ist es da dunkel bei dir? Ah! Deswegen! Jetzt kannst du wieder! Oh, er kommt ja noch mal wieder! Hau ich raus! Ja! So jetzt kannst du wieder... Nein! Nein! Lass mich in Ruhe, doofes Kack-Ding! Ich darf mich nicht bewegen! Oh Gott! Oh, der ist so stark! Der hat mich sofort draußen mit einem Schlag. Oh, noch nicht! Okay! So jetzt steht's doch fast gleich! Ihr werdet Aufschlag. Du, oder? Ich glaub du, oder? Ich glaub du. Oder? Ne, warte mal. Ich glaub ich. Nein, warte mal. Du. Ah! Tuckabuui! Brrrr! Lalalala! Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Ich bin so ein blöd Mann! Ah! Dr. Mario! Ich mag das Spiel nicht. Nur weil du schlecht bist. So. Oh! Das sollte ich nicht machen, glaub ich. Ja, das sind Magneten. Das ist cool, oder? Und so, Leute! Spielt man Pokey Tennis in Super Smash Bros. Für weitere lustige Spielmodis. Abonniert diesen Kanal und klingelt die Glocke. Genau, klingelt die Glocke, dann kriegt ihr ein Eis. Bis zum nächsten Mal!